Ja hallo, liebe Freunde, ja heute geht es mir wirklich um die echten Freunde, um die wahren Freunde. Es ist ein Thema, das die nahen Umfeld, die Freunde, die Lieben und so weiter betrifft. Es geht um gesund bleiben und es geht um Wohlbefinden bis ins hohe Alter. Das ist ein Thema, das geht uns alle an. Es geht dich, deine Freunde, deine Lieben, wer heute nicht auf der gesunden Welle ist und gesund ist und nicht etwas tut für seine Gesundheit, wird ein riesengroßes Problem kriegen. Denn es wird alles, es wird teurer, 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 es wird komplizierter, es geht in eine Richtung, wo wir komplett anders denken müssen, wo wir uns anders organisieren müssen. Ich denke mir, das ist der Grund, warum wir eigentlich von Amerika umgegangen sind. Und dann wieder, weil das da drin eine Katastrophe ist. Weil es da drin älter wird, das alles ist eine Katastrophe. Sozial überhaupt nichts. Wenn du was brauchst, kriegst du niemanden, hilft da keiner. Das ist Gott sei Dank hier in Europa noch so. Aber es schmilzt diese Hilfsbereitschaft, dieses Zusammengehen. Die Leute im eigenen Haus kennen sich untereinander immer mehr. Jeder schaut nur auf sich und jeder kämpft und hat Angst, Zukunftsangst und finanzielle Angst und wenn du da noch krank einer wirst, Katastrophe. Und wenn ich mir anschaue, auch meine Freunde, viele meiner Freunde, und die haben es sehr viele, haben durchwegs gesundheitliche Probleme. Die machen sich Gedanken, ob der SSL jetzt noch, ob der noch mit Rot und das noch und dort noch, und haben gesundheitlich sind es auch Rack. Gesundheitlich haben wir das Problem. Wir haben das jetzt schon einige Zeit angeschaut und haben gesagt, was soll ich den Leuten jetzt erklären, dass sie sich jetzt ein Geschäft aufbauen sollen? Der denkt gar nicht in die Richtung. Okay, jetzt muss man anders. Ich will meinen Freunden, viele meiner Freunde, die mir gesagt haben, okay, bitte, ich muss wieder aufbauen, ich muss wieder was machen, möchte wieder was machen, es wird hinter und vorne enger, ich weiß nicht mehr, wie die Miete zahlen sollen oder, na gut, okay, Bau auf. Aber wir haben lange überlegt, wie kann man das jetzt auf die heutige Zeit umlegen und auch mit der richtigen Company oder wo die Produkte passen und wo auch der Marketingplan dementsprechend passt. Wo die Leute sofort vom Anfang an gutes Geld verdienen, wo nichts investieren müssen, außer für sich irgendwo ein paar Euro für die eigene Gesunderhaltung oder Wiedererlangung des halbwegs normalen Zustandes, das ist ja schon mal eine riesengroße Geschichte, aber es geht mit den Fitline-Produkten tadellos und den Plan findet man von PM sensationell, weil das ein Step-by-Step und Step-by-Step-Programm ist und wo die Leute von ersten Tag an, wenn sie sie entschließen, geschäftlich tätig werden zu wollen, ohne großen finanziellen Aufwand sofort starten können, weil alles fix und fertig ist. Das kann man sich eben zunutze machen und sagen, Freunde, hier sehr wohl Möglichkeiten bestehen. Aber, wenn du heute den Leuten sagst, ja, und da kannst du, und das dauert vielleicht nur ein, zwei Jahre, bis du dann, sagt er, na, hab ich keine Zeit, hab ich keine Lust, hab ich wichtiges, muss schauen, dass ich Geld mache. So, aber sie hängen fast schon am Tropf. Kater, gesundheitlich, Kater, von der Hektik, Stress, ausgelauert, ausbaut und so weiter. Und, ach, ich muss noch, ich muss noch. Stressfrei ist anders. Und jetzt kann man genau den Weg gehen. Ich sag, Freunde, ich mache eines, ich helfe Freunden, dass wir da zur Normalität zurückfinden, zur gesundheitlichen, halbwegs Normalität zurückfinden. Und dafür sag ich, geh auf meine Seite und kauf dir die Produkte, was eigentlich Flyers und Kattelmacht, so. Ich rede gar nicht viel. Schau, geh, kauf dir Produkte. Vergönn dir diese Produkte. Es ist das Beste, was du für dich und für deine Partnerin, für deine Mausl, für deinen Partner, mach was, mach jetzt was. Ich habe eh schon Herzinfarkt und das auch noch und dann. Aber, kümmern Sie nur darum, was auch noch, wohin und was? Geh, ich will das, ich will nichts, mach nichts. Ja, so ist es ja. Das sag ich allen meine Freunde. Ich lade alle meine Freunde nur mehr dazu ein, sich mit FitLine-Produkten zu beschäftigen. Ich sag, werde FitLiner, mach etwas, tue etwas für deine Gesundheit, für dein Wohlbefinden. Also Gesundheit und Wohlbefinden. Ich rede nichts mehr über das Geld, ich habe ihn komplett aufgeteilt. In der Zeit, wie diesen, sag ich, brauche ich was, wo wir einen anderen Weg haben, wo der automatisch ins Geld verdienen kommt. Das braucht es sich nur ernst überlegen, wenn du dir nichts anderes machst. Als Kunden, FitLine-Kunden, als Werte in meiner Community FitLiner, beschäftige dich mit Gesundheit und Wohlbefinden. Für deine Gesundheit, für dein Wohlbefinden. Auch für das Wohlbefinden und Gesundheit deiner Partnerin, deiner Kinder, deiner Mami, deinem Papi und so weiter. Das ist der Weg. Die paar Euro, wenn du das nicht bereit bist, tschüss, fertig. Kein Wohl da. Hier hast du meine Karte, geh auf meine Seite, oder geh auf die FitLine-Seite und beschäftige dich. Bestell dir die Produkte, wenn du die Produkte hast, ich sag immer, das Basispaket, und dann bestellst du noch zusätzlich, kommt der V50+, das ist ja mein Hauptthema. Also da baue ich auf, ich sag, ich mache jetzt nichts anderes, dass ich sag, die ersten 50 plus, also mehr wie 50 Freunde, die ich als FitLiner heran, die ich dazu begeistern möchte und werde und die ich dazu motivieren möchte und werde, mit den FitLine-Produkten für sich wieder eine normale, gesundheitliche Situation herbeizuführen. Soweit es mit Naturprodukten oder wie weit es mit einer Umstellung deiner jetzigen hektischen Lebensgewohnheit und deiner saurdepperten Ernährungsgewohnheit, das kannst du in den Gulli schmeißen. Darum schaust du so aus, wie du es ausschaust. Hat 40 Kilo oder 45 Kilo Übergewicht, war schon beim Reha, hat schon seine Stains und, 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 aber, und da muss ich noch, und, ja, und ich, also, was ich noch alles machen, kaufen werde und was ich, da kannst du eine Sorge bestellen. Das ist alles. Wenn er nicht sofort beginnt, etwas zu tun. Ich habe jetzt Erlebnisse gehabt, einige, nicht einer, ich habe auf das jetzt aufgepasst, ich habe nichts mehr gehört, wenn man das angeschaut hat, hineingehört und gesagt, bestet der wird. Das ist am Limit. Und die werden noch, weiß ich was, was sie für Schiffsreisen machen werden und, also, ob er jetzt ein SL und den DIN oder die Kaufmittel, ja, um Gottes Willen. Pfeift aus dem letzten Loch und will aber noch der Nächste zu Hause, die ganze Partie. Glaubst du was? Meine Freunde sind teilweise Altspatzen, aber glauben nicht, sie müssen unbedingt noch weiter. Und da will ich Tänisch spielen und das muss man noch, da kann ich von der Mann, weil es nur mehr hektisch unterwegs. Ho, 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 ho. Also, dass ich da gelassen sich immer was unterhalten kann und das gelassen und ein nettes Gespräch führen, fällt dann schon gar nicht mehr mehr auf. Höchste Zeit wird fehlen. Und ich werde immer mehr, wenn ich auf das aufpassen, der letzten paar Monate, wenn man das wirklich meint, es ist katastrophal, wie die Situation ist. Hat das jetzt mit den Sturen, dass da alles teurer wird und was immer so, glauben, haben eh die Kasse, die Sparbücher voll, die Kasse voll und haben Angst, was muss man noch alles. So gehörst du das wackeln? Es gibt Tausende, die haben einfach Hunderttausende von Leuten, die nicht wissen, wie sie die Miete zahlen sollen. Und die haben, macht sich Gedanken, ob welchen SL oder SE oder was hat er dafür, was jetzt, weil, ein paar Mal, dann kann er das wackeln, sagt sie mal, seid ihr noch bei deinem Tierstück angrehen. Und das geht weiter, die wechseln, halt auf verschiedenen Ebenen. Aber es geht immer um so, noch mehr und noch schneller und der andere ärgert sich wieder, weil er vor 25 Jahren eine Zeit gelaufen ist, die er heute mit 71 oder 20 niemand schafft. Wir haben keine Ahnung, die Leute nicht gelernt, alt zu werden, in Würde alt zu werden. Na gut, also haben wir eine Herausforderung. Und jetzt tun wir mal lange, wie können wir den Weg jetzt in ein Konzept bauen? 50 plus. Meine Freunde, die sind 50 plus, aber ich möchte 50 plus Freunde, also mindestens 50 Freunde als Fitliner gewinnen. Ja, davon, wie es nicht macht, man sagt, 40, egal. Was interessiert mich das? Wenn er, sie haben Sorgen gemacht, welchen Mercedes er kaufen soll, dann soll ich ihm sagen, das sehe ich mich nicht. Ja, aber wenn du Freund sein willst und ich will nicht auf dein Begräbnis gehen, dann mach was. Hau ab einmal 20 Kilo von der Wampen. Mach einmal was. Ist so, Freunde. Schaut euch um, wie viel Übergewichtige da rein hat. Und dann so, ja, ich bin ja, ich hab ein bisschen zugenommen. Na super. Dass er dann Kreislaufprobleme hat, Herzprobleme hat, Verdauungsprobleme hat, und, 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 dann nehmen wir halt die Pulverdorn. Willst du zurück zu normalen, oder zur häufigsten normalen Gesundheit, ich hab ein Freund, werde ein Fitliner Freund bei mir. Meine Karte, geh auf meine Seiten, schreib sie ein, ich rede nicht drüber, wenn ich so eingeschrieben habe, wenn du siehst, du hast dir die Produkte bestellt, was ich dir empfehle, immer das Basisprodukt, Powercocktail, und, 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 macht die Möglichkeit, das C-Basic dazu, weil die Großteil, damit hat er, immer mit dem Zuckerleiter zu tun, ne, aber nur an der Grenze, ja, okay, aber, solltet ihr alle kennenlernen. Und dann weiter eben, Project dazu, und, und, also, alles das, was notwendig ist, alles was immer 50 ist, sag ich, ich will dich gar nicht sehen, mit einem normalen Paket, Paket, ja, aber zusätzlich, kauft ihr zusätzlich, das 50 plus Paket. Und das schließt sich den Kreis wieder, 50 plus, mit dem Programm, 50 plus, mindestens 50 plus Freunde. Und wenn das, derjenige, der auch sagt, du, ich möchte aber schon Kohle auch mitverdienen, okay, dann schau mal, dass 50 Freunde, überzeugen kannst, Fetliner zu werden. Ja, und wie gut, ohne das sind, ich rede nicht über das Business, hab ich früher gemacht. Jetzt ist die Zeit, wo man sagt, Freunde, echte Freunde, wie viele von deinen 300 oder 5000 Freunde, sind wirklich echte Freunde, dann schau, dass deine Freunde, in Zukunft, gesund, und, in Harmonie, Balance, ins Hohe weitergehen, in Wohlbefinden kommen. Du hast ja nichts davon, was von einem Begreibnis zu anderen rätst, ne? Jetzt stürmt da ja deine Freunde aus. Bei mir ist schon so, Okay. Also, ich rede, wenn ich vom Fetliner, sage, wirst du Fetliner werden? Okay, wirst du Freunden zu mir? Okay, soll dir helfen? Ja. Basis ist, Erste ist, hier hast du, geh hinein, auf die Seiten, bestellte als Kunde, bestellst du gar, als Kunde, weißt du, sagst du die Geschäfte auch, geh als Kunde, geh hinein, bestellte als Kunde, das monatliche Abo von den Basic-Produkten, also Fetline, den Power-Cocktail und das Ristorate und zusätzlich, gehst du noch, einmal das, einmal das, einmal das, habe ich eben, Karten drauf, was du alles beschreibst, auf meiner Seite, so, und arbeite daran, dass du aus den Schlamassel, wo du jetzt nicht bist, rauskommst, oder schau, dass du nicht hineinkommst, denn, wenn du da mal im Wampel 10, 15 Kilo Züge drauf hast, die gehen wieder schwer rüber, als Junger nicht, aber so ältere schon, aber mit dem Programm funktioniert es, abzunehmen, ohne zu hungern, Reset-Programm gibt es ja, Zell-Reset-Programm gibt es ja, das 18, 6, da gibt es so viel, aber das, darüber hätte ich erst dauern, wenn ich sehe, er hat sich als Kunde registriert, und möchte von mir jetzt beraten werden, ich will nicht jetzt einen Berater machen, und dann sind sie eh alle gescheiter, und machen was anderes, nein, geh jetzt erst rein, bestell dir einmal die Produkte, nicht als Business-Partner, dann werde ich gesehen davon, geh hinein, kauf dir die Produkte, wenn du die Produkte hast, dann rufst du den Papier einhalten, Josef, und dann reden wir darüber, wie du jetzt weiter vorgehst, okay, super, so, du hast mein Kabel, bestellt, so, jetzt ist es 50 plus, mein, 50 plus Friends, 50 plus Partner, 50 plus mehr als 50, sollte denn jeder von uns, der das Business da machen will, schauen, schauen wir mal, dass er zuerst etwas Gutes tut, dass er seine Freunde dazu bewegt, Fitliner zu werden, die Fitline-Produkte zu konsumieren, und mit Unterstützung dann auch schauen, dass er sie besser ernährt, Vollwertnahrung, Bioprodukte, und, 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 weniger ist mehr, brauchst du eh weniger, weil sonst wächst die Wampen ja noch mehr, also, das heißt, abnehmen ist auch hier ein ganz wichtiger Faktor, denn sonst kannst du das Immunsystem, und das Verdauungssystem ja gar nicht erholen, das ist aber der Hauptgrund, dass du etwas machen musst, müssen nicht, sollst du, okay, so, daher, sind alle meine Freunde eingeladen, auch du, bist eingeladen, als Fitliner in die LECD hineinzutragen, nichts anderes, nur als Kunde, schauen wir mal, was wir machen können, wenn ich sehe, wie viel gern machen wir, so, dass wir David, wenn es jetzt, ich mag es dir nicht überlegen, wir täten jetzt, glauben sie mir es nach, zusätzlich doch noch ein Geld machen, ganz einfach, rechnen wir mal aus, wenn du mindestens 50 Partner hast, die jetzt ein Abo haben, oder, oder nicht, das Monatsabro als Kunde, auch okay, so, was du dann verdienen kannst, wenn nämlich dann, aus der Community jetzt, sagen wir nicht Kundenstück, sondern Community, sollen vielleicht 5, 8, 10 dabei sein, die dasselbe tun, die auch ihre 30, 40, 50 Partner, Freunde, als Fitliner gewinnen, gewinnen, gar nicht wegen Geld verdienen, sondern nur, gesund und wohlbefinden, gesund bleiben, fit bleiben, bis ins hohe Alter, keine Pflege vorführen, magst du nur, wenn das 5, 6 Wochen, die auch jeder mindestens 50, zuerst einmal 50 Kundenabos haben, ob jetzt Kundenabo, oder der bestellen muss, der 5, also das ist frei, ohne 2, ohne 1, so, nicht nur, dass er dann, wenn er, ich sage ja, du musst mindestens 4, bis 6 Monate die Produkte nehmen, und dich auch daran halten, und natürlich parallel dazu, die Ernährung ändern, vielleicht auch das Verhalten ändern, dazu ist ja, sind ja wir, die Fitliner, dann an deiner Seite, um dir dann die Tipps zu geben, und die Beratungen zu machen, so, dass du das auch schaffst, und, dass du in Richtung Gesundheit, und Wohlbefinden kommst. Ich bin überzeugt davon, voll davon überzeugt, wenn ich mir zuhöre, und schaue, was passiert, wir müssen uns, neu organisieren. Es geht nicht darum, ob man jetzt, das Auto X, und das noch am Boden sitzt, und tut das, es geht um ganz was anderes. Und da, helfen uns, die Fitline Produkte, Freunde, das ist, wie geht's so. Und, die Partner, die dasselbe machen, mit Kunden, Kundenaufbau. Ich hab, das ist schon, 50 Jahre alt, 40 Jahre, nein, ich hab dir gehabt, ich hab gesagt, 80% Kunden, das war früher mal, 80% Kundenanteil, und 20% Partner, oder Neueinsteiger, als Partner. Das hat Sinn. Das gibt's nicht. Ja, haben wir gemacht. Heute hast du auf Instagram geschaut, die haben fast keine Kunden mehr. Da sind nur mehr Partner drinnen. Und dann redet jeder, ja, ich verdiene nichts, ein Kunde kann nichts verdienen. Wenn du einmal, weiß ich, 5, 6, 7000 Leute brauchst, dass du sagst, okay, jetzt hab ich ein Hauptteil noch gekommen, ja, das dauert eben seine Zeit. Und wenn man immer nur was business, sagt, ja, ich hab kein Geld, ich kann mir das nicht leisten. Sie wollen sich ja nicht leisten. Dann muss er dort hin tun, oder dort hin drücken, wo es weh tut. Wo die Gesundheit, knapp an ist, wenn du schon eine ganze Schachtel von Produkten und von der Pharmaindustrie hast, um überhaupt dann noch Luft schnaufen zu können, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Und daher sage ich, fang auf und schau, dass du deinen Körper wieder halbwegs auf eine Normalität hinkriegst. Okay. Wer es will, ist eingeladen, wie gesagt, immer, ich rede nicht, sondern ich gesagt, kauf dir die Produkte, wenn du sie hast, wenn du sie bestellt hast, dann reden wir drüber. Ich gehe auf meine Seite, habe ich die Produkte drauf, auf der Agenturseite, wie auch immer, steht die Eberi drauf. Es gibt kein Ausred mehr. Einfach abklicken und die Produkte bestellen und dann nicht anrufen, nach mir schreiben, okay, was tue ich mir? Schicke, dann machen wir, tun wir alles. Aber du musst es wollen. Und wenn du ein Freund noch lang sein willst, bevor du in die Kisten hupst, gesund bleiben willst, dann bist du gut beraten, wenn du etwas tust. Wenn du sofort beginnst, etwas zu tun, um deinen halbwegs gesundheitlichen Zustand wieder zu erreichen. Und das ist schon viel, wenn du das erreichst. Aber das ist bereits ein neues, ein komplett neues Wohlbefinden, eine neue Lebensqualität für Tausende da draußen. Ja, der Zweite, was mir entgegenkommt, hat einen Rucksack vorhin und einen Rucksack hinten und wundert sich, dass die Knie hin sind. Hat aber um 30 Kilo zu viel und trage 30 Kilo Rucksäcke mit sich umeinander. Aber, dass die Organe, die ich nicht einmal gescheit am Platz haben und dass der Eigenvergiftung hat bis zum Geld nicht mehr, will ich auch das wissen. Dafür will ich keine Treppe, sonst habe ich wieder mit den Kranken zu tun. Willst du etwas erreichen? Fitliner. Werte Fitliner in unserem Team, in unserer Orga, in unserer Community, wie es das immer, gern hättest. Und bestell dir die Produkte, konsumiere die Produkte und frage, dann kann man da sagen, wie du deine halbwegs normalen Zustände wieder gesundheitlich wieder erreichst. Okay? Also, nicht verzagen, Josef fragen, Produkte bestellen, Produkte konsumieren und glücklich sein. Tschüss, Baba.